hier haben wir wohl eine der berühmtesten filmjacken die man sich überhaupt vorstellen kann zeigt man den innenteil den mann kennt jeder indiana jones kristallschädel auf der suche nach dem verlorenen schatz und so weiter da hat der alex sehr lange daran gearbeitet dass er die lizenz bekommt diese jacke in lizenz zu erstellen also auch das bild innen drin das label vorne drauf sie ist eine 1 zu 1 nachbau der indiana jones jacke und der alex ist der einzige in dieser qualität und in diesem schnitt nachbauen darf die jacke ist wie im film hat auf der seite diese teile um sie in der in der weite enger oder weiter zu machen hat schubtaschen von seite und getrennte taschen noch mal von oben die sind sehr groß innen wieder wie bei allen jacken von nobelhaus das baumwollfutter diese tasche hat nicht wie alle zwei innen taschen sondern hier über diese eine innen tasche wer ein bisschen was von dem abenteuer abglanz von indiana jones abhaben möchte und an diesem film mit teilhaben möchte der wird sich in indiana jones wahnsinnig fühlen ab needs abenteuerl und